Unser einiges mehr. Unser einiges. Willen wir sagen, dann haben wir wieder für Sparta, oder? Adlerschatten, es heißt, du hättest ein feuchterregendes Schiff mit passender Besatzung. Vielleicht willst du Sparta helfen, die Athena-Flotte zu dezimieren. 100%. 100%. Immer für Sparta. Meine Besatzung und ich segeln mit dir. Gut, dann bereiten wir den Athenern mal ein feuchtes Grab. Let's go. Wir müssen dann eher mal. Wenn wir dann wirklich die ganzen Gebiete dann mal wirklich geschafft haben, die es da sehen ist, dann will ich unbedingt schauen, ob ich dann mal alles auf Sparta machen könnte. Also jedes Gebiet Sparta, 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 Sparta. Das wäre auch was Feines. Das war's. Passt. Vier Gegner... Dann mal wieder die Anzeige, aber da kämpft er die nächsten Siegen mit. Ja, in irgendeiner kämpft schon mit. Irgendwann. Aber da gerade ausreitet man jetzt da meine eigene Nummer. einmal. Oh, den, den können wir den rechten, so ein Fiebst. Oh, der ist ja, der steht schon, der steht schon. Hm, brennen, die brennen. Vielleicht muss ich das mal bis zu abpassen. Oh, jetzt soll ich da noch gleich entern. Mal schauen. Ich glaub besser wärs wenn wir da noch ein bisschen entern würden. Komm, 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 komm. Ja, entern. Bisschen entern. Jetzt holen wir sie es. Jetzt holen wir sie es. Komm her, komm her. Komm her. W-ада, wo ville? EEEE! Mit einem Dreckshüter... Du gehörst mir, oder? Du gehörst mir. A... passend mit Wasser. Das ist dasู้ ich nicht mehr. Ist schon im Wasser. Ist schon safe hier oben. Und ich mach halt auch von meinem an mit. Na ja. Der kommt. Der kommt jetzt ja. Ich bin ja neid. Ja, das ist ja klar. Ich bin ein Schatz. Ah, dass der Heim natürlich der Besserste wird, aber das muss ich nicht verstehen. Aber immerhin. Immerhin. Würden wir sagen. Nix. Es gibt viel zu tun. Warte, da ist da noch einer. Oder wie jetzt der? Ja, komm, andere übernehmen. Und? Ja, da ist sowas von. Da ist da was weitergegangen. Was? Aber die haben jetzt zwei. Uh, ich schon da, ich schon da, ich schon da. Na warte, dann machen wir das jetzt so. Ja, da ist er. Ja, das ging sich wenigstens noch ein bisschen aus. Jetzt hätte ich noch was zu ihm gemacht, dass es nicht ausgeht. Nee, 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 nee. Was machen wir so? Oh, 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 oh. Fuchs. Und eingesammelt auch noch. Perfekt. Zumal ist jetzt der andere Kandidat geworden. Und dann haben wir sie hingeschlichen. Ist das eh derf, oder? Na, ist fix der, der ist so groß. Mhhh, ist fix. Das muss er sein, das muss er sein. Das ist den Großen. Oh, 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 oh. Hier bin mir so arg gedanstet Ich hoffe sweet ohne Probleme HA Sogar 2 Waaas Aber wie ist es traurig? Über zwei von denen. What the fuck? Oh, jetzt wollen die wieder... Ach, ganz toll. Ich würde mal sagen. Okay, aber dafür ist ich mir leider in einem Kampf drin. Das ist jetzt auch falsch. Aber... Ach, ich... Ah, der will nichts sein. Ah, mann, mann, mann. Gerade das Köpfchen. Ja, das köpfchen.